Wir werden heute 24 Stunden heimlich im Playmobil-Store sein! Oh, ich glaub, der filmt nun schon hier. Hoffentlich ruft er nicht die Polizei jetzt. Oh, was ist die Chefin? Hey, ich hab's, ich seh's hier. Wir brauchen unbedingt eine Färbung. Ey, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute haben ich Special Guest dabei, und zwar den Leontien. Leute, abonniert alles seinen Kanal. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Und Leute, ihr seht's gerade schon. Wir sind hier in der Mall of Berlin. Und wir werden heute heimlich in diesem Playmobil-Store sein, Leontien. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wusstet, ob es sowas gibt, oder ob ihr schon mal in so einem Ding drin wart. Genau, Leute. Der ist ja richtig fett, auf jeden Fall. Ey, schaut einfach mal so das Ding da oben auch an. Richtig geil. Ey, Leute, ganz kurz eine Sache. Wir dürfen das natürlich. Wir dürfen uns da verstecken. Die Mitarbeiter wissen nicht Bescheid. Der Chef schon, Leute. Also, alle Selfie dürfen das. Aber die wissen es nicht. Und ich würd sagen, ihr und Team... Ey, ich hab ne richtig gute Idee, wo ich mich verstecke. Ich auch. Ich hab mich in so ein Regal versteckt. Bevor wir da jetzt reingehen und ins Versteck suchen, lasst uns mal ganz schnell Süßigkeiten noch holen, ne? Ja, ja. Let's go, Leute. Ey, Leute, können wir in der Richtung fetzen, aber wir müssen uns echt beeilen. Ich schließen bald. Ja. Boah. Das ist so, ey. Das ist so. Ne, nimm mal. Das ist richtig geil, das hier. Haben die Prime oder so? Ich nehm mal für mal ein Powerweight mit. Ich hab mir auch einen. Wir nehmen auch einen. Wir nehmen auch einen. Let's go. Was nehmen wir noch so? Wir brauchen Süßigkeiten auf jeden Fall. Leute, Leonchen geht erst mal fragen, ob die Takis von Prime haben. Boah, ich sag dir euch ehrlich. Ich nehm erst mal ein paar Schoko-Bongs mit. Die sind richtig lecker. Davon eine Packung. Haben keinen Takis von Prime? Mist, ey. Ja, Mist. Hier, wie ist das? Erdnussbutter. Hier, lass ich das abnehmen. Ja, ist auch gut. Oh, hier. Center-Schocks. Ui. Oh, schau mal. Eschpapier. Ja, pack rein hier. War denn noch Center-Schocks? Genau. So, Leute. Wir haben jetzt erst mal genug. Ey, aber vielleicht gehst du doch einfach dahinter so, weißt du? Nein. Das ist doch viel zu basic, ey. Ja, okay. Ich geh lieber hier rin. Das ist aber egal. Ja, aber wo denn hier? Wo willst du dich denn verstecken? Wieso hinter? Dahinter? Ja. Warte, wir müssen aber gucken, dass die uns nicht sieht. Oder, warte mal. Oder du gehst einfach unterm Tisch. Pssst. Da reden mich alle. Warte, warte, warte. Da sieht man dich auch nicht, hast recht. Ich hab mir richtig... Das ist nicht so auffällig. Was denn? Da drin, ne? Da sieht man dich. Komm, wir gucken mal woanders. Komm mit. Okay. Schnell rein. Mach dich mal klein. Nee, nee, dreh dich mal. Genau, dass ich das da vorstellen kann. So, du bleibst jetzt da, bis die zumachen, ne? Let's go, Leute. Hey, Leute, Leonten hat sich versteckt. Ich würd sagen, ich geh einfach hier hinter. Dann sieht mich hoffentlich keiner. Ich würd sagen, hier bleib ich jetzt. Und ich warte einfach, bis hier Feierabend ist. Oh mein Gott, Leute, die Leute hinter mir sehen mich schon alle. Ich würd sagen, ich chill jetzt hier erstmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Leute, ich bin hier seit einer Stunde drin. Ich weiß nicht, wo... Also, ich hoffe, Marvin kommt bald raus, ey. Die müssen echt mal zumachen. Ich hab keine Lust mehr, ey. Schaut mal, Leute. Aber hier sind noch teilweise Leute. Oh, das ist die Chefin. Das ist die Chefin. Wir sehen uns gleich wieder, wenn keiner mehr da ist. Leute, ich hab gar keinen Bock mehr, ey. Schaut mal selber. Da ist die Mitarbeiterin. Da muss ich echt aufpassen. Ey, schaut mal, wie krass das hier aussieht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal hier wart. Ey, Leute. Ich bin da voll eingeschlafen. Ich glaub, hier ist keiner mehr. Ich geh mal gucken. So, Leute. Einfach gar keiner ist hier. Ich geh jetzt erstmal noch Marvin. Guck, Leute. Alles ist leer. Alter, hier ist alles leer. Alles. Oh mein Gott. Ey, ich glaube, hier ist ja einfach gar keiner mehr. Ich glaub, ich geh mal gucken, wo Libertina ist. Ey, sie sind ganz allein hier, Leute. Ich bin trotzdem versprochen. Oh mein Gott, Leute. Schaut mal. Die Leute sind hier noch. Aber es ist alles zu. Digga, wir sind ganz alleine hier. Leute. Ey, es ist alles zu hier. Guckt mal. Oh mein Gott. Ey, wir sind ganz alleine. Ich muss erstmal Leontin rausholen. Ey, Leontin. Ey, Leontin. Ja? Komm mal, ey, wir sind ganz alleine hier. Wirklich? Ja, ja. Du bist einfach eingeschlafen hier. Alter. Digga, schau mal. Oh mein Gott, Leute. Wir sind ganz alleine hier. Alter. Ey, es ist niemand mehr da. Ey, Alter. Es ist so fett hier, Leute. Oh mein Gott, Leute. Wir sind ganz alleine hier. Schaut mal. Ey, die Leute gucken einfach hier alle. Was denn? Alter, das ist ja richtig fett. Wollen wir alle aufpacken? Ja, wollen wir? Ja. Boah, die ist ja richtig geil. 40 Euro kostet so ein Ding eigentlich. Ey, komm, lass mal gucken hier. Ey, wir sind einfach ganz alleine hier. Es ist niemand mehr da. Ey, lass mal ganz kurz. Ey, wir können alles hier machen. Lass mal uns Süßigkeiten holen, die ich auch hier versteckt hatte. So. Ey, komm. 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 Lass uns hier so eine eigene Figur machen. Ja, warte, lass mal unsere Süßigkeiten hier. Alter, hier ist ja richtig fett. Wir sind ganz alleine hier. Alter. Okay, was sollen wir denn auspacken jetzt alles an Spielzeug? Lass diese fette Figur da. Ja. Ich glaube, die gibt es nur einmal. Boah. Die ist ja richtig fett. Okay, warte. Komm, wir machen die mal auf. Komm, wir reißen die mal ganz auf. Ja, reiß einfach auf. Let's go. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geisteskrank. Ey. Ey, die ist ja richtig fett. Hol die mal raus. Können wir spielen mit der. Ja, komm. Alter, ist die krank. Ey, Geisteskrank. Zeig mal. Was sagst du? Die wiegt so viel wie ich? Oh mein Gott. Die ist ja richtig geil. Alter, ey. Boah. Ey, lass mal noch ein bisschen gucken. Was gibt es denn noch so? Schau mal selber hier. Leute, die ganzen Leute, die gucken schon alle hier. Boah, ist das Ding geil hier. Alter, schau mal. Was denn? Der Junge ist ja richtig fett. Ey, was die wohl denken, wenn die uns alle so sehen. Warte. Ja. Lass mal so ein Ding aufmachen. Ja klar, reiß mal auf hier. Komm. Pass auf, sonst fallen die letzten Zähne noch aus, die du auch noch im Mund hast. Es sind noch nicht mehr viele. Ey, ich sag dir ehrlich. Warte, ich mach das, okay? Boah, hier können wir spielen. Playmobil, richtig geil. Ey, weißt du welchen wir haben? Den denn? Mit irgendeinem Koffer. Äh, den hier. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wo wird ihr gerne spielen? Hier, Marvin. Ey, wir sind ganz alleine hier. Dann den hier. Den da, schau. Ey, Leontin, ich sag dir helllich, aber ich hab ein bisschen Angst. Wie sollen wir eigentlich hier wieder rauskommen nachher? Nein, wir werden schlafen hier. Okay. Boah, Leute, das ist so krass hier. Ey, wir sind ganz allein hier in diesem riesen Playmobil-Store. Boah, ey, das ist auch ein richtig fettes Feuerwehr-Ding hier. Boah. Das ist ja auch richtig geil. Boah, ich sag euch ehrlich, ich glaub, das mach ich jetzt mal auf. Da werd ich auch mit spielen. Was gibt's denn noch hier fettes? Ey, Leontin, komm her. Lass mal den hier aufmachen. So, Alter. Oh mein Gott. Leute, schaut jetzt mal diese süße Feuerwehr-Auto an. Alter, nimm mal, nimm mal. Nimm mal. Boah. Muss man hier alles zusammenbauen hier. Ey, warte, ich kann das zusammenbauen. Das ist ja richtig fett. Bau das mal zusammen, Leontin. Bau du das zusammen. Ich hole unser Essen, ne? Ja. Ich kenn mir jetzt erstmal was kettes hier. Lass mal ein Power-Raid trinken und so. Mach du mal weiter da. Ja, ich will auch ein Power-Raid. Gib mal ein Power-Raid. Ja, okay, mach, ich warte. Ey, ich zeig dir mal, wie man das macht. Ja, mach mal. Pass auf die Zähne auf. Ey, Leute, wir haben noch so viel Süßigkeiten alles. Hast du überhaupt früher so mit Lego gespielt? Was heißt denn früher? Ich spiel jetzt noch mit Lego. Pst. Das ist übrigens Playmobil. Ach so, stimmt. Upsi. Ey, ich hab ein bisschen Angst, dass viel erwischt wird. Ich hab ne Idee, warte mal. Bleib mal da schlitzend. Okay. Hoffentlich kommt hier keiner wieder zurück. Deswegen müssen wir ihn hier. Ja, ja, der kann uns beschützen. Ja, der passt auf jetzt. Der ist ein Pirat. Ja. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich hab jetzt auch voll Hunger. Hä? Ey, gib mir auch was zu essen. Ja, komm mal her. Mach mal die Spielzeugüberreite. Ey, komm mal. Ey, ich hab nur eine gute Idee. Was denn? Ich ess jetzt Esspapier alle auf einmal. Mach's nicht, ey. Das ist gefährlich. Komm hier, halt mal den Riegel hier. Ja, halt den, Mann. Wer will das nicht, Mann? Das ist so für ein Kollege. Ja. Willst du einen Schokoriegel? Hier. Ess mal. Der ist heute nicht zu Gespräch mit der Kollege. Ja. Meine Güte. Was ist los mit dem? Willst du was trinken? Komm, nimm einen Schluck. Digga, auch das, ich hatte einfach wieder alles ausgespuckt. Was ist los mit dir, Freundchen? Echt, ey. Jetzt hast du mal eine Stelle gekriegt. Alter, du ist ja alles, ey. Was bist du denn vor einigem Omaß ab hier? Komm, wir lassen die Jungs, sag mal hallo. Ey, du hörst jetzt einfach nicht, ey. Wenn wir rauskommen, dann kommen wir auch gar nicht mehr raus. Ja. Shit, ey. Ich bin aufgeschmissen, sag ich euch. Sollte, ich würde sagen, wir haben ein bisschen Spielzeug hier. Komm, lass mal was auspacken. Lass mal hier so ein Auto. Was willst du denn haben? Hier so ein Auto, komm. Wir können doch nicht zusammenbauen, wir sind doch zu doof dafür. Ich bin nicht der Verkäufer und du willst was kaufen? Ja, okay, machen wir. Ey, schau mal, guck her. Was ist das denn? Schau mal, der muss spucken. Ey, was ist mit dem los? So, let's go, Leute. Ich bin jetzt der Kunde. Das Set hier will ich kaufen. Let's go. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne das einmal kaufen. Okay, ich scanne kurz ab. Let's go. Ja? Was kostet das? 29,99 Euro. Okay, ey, kannst du mir einen guten Preis machen? Ja, komm, du kriegst es kostenlos. Ehrlich? Ja. Ey, was ist das denn für ein geiler Laden hier? Danke. Ey, lass mal ganz kurz gucken, was ist denn hier drin? Hä? Was ist das denn? Warte mal. Sorry. Ey, das ist Playboy-Spiele, was man nicht braucht. Ja, dann brauchen wir das auch nicht, aber ist ja korrekt von denen. Hier, das Boot, lass mir öffnen. Oder findest du das nicht geil? Ja, ich find das geil. Lass mal auf. Okay, ich öffne das mal. Mach's jetzt mal auf. Ja, mach's mal auf. Alter. Alter, das ist ja richtig fett aus dem Mobil-Set. Alter, ey. Ey, wenn die Leute kommen, was denken die eigentlich? Moin. So, hier haben wir das Boot. Alter. Ey, das ist ja richtig fett. Ey, schau mal, das kann, meinst du das kann fahren? Nicht mit den Zähnen, dann fallen noch die letzten Zähne raus. Ey, wieso? Ich hab mehr als du, die dürfen rausfallen. Da hab ein bisschen Angst, dass die Polizei hier kommt. Ja, ja, ich hab auch ein bisschen Angst. Alter. Alter. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr das? Das ist alles cool. Ja, ja. Ja, das ist ja zusammengebaut, glaub ich. Schau mal. Schau mal. Was denn? Alter, was hast du denn gemacht? Was? Aber es hat echt einen Motor, glaub ich, ne? Ja. Boah, ist ja richtig fett, das Ding, ey. Ich sag mal, die Leute mal damit fahren. Ja, was sollen wir denn damit fahren? Schau mal. Hier auf dem Boden. Ja. Drei, zwei, eins und... Wow. Alter. Alter. Du hast ja richtig gefahren. Boah, Leute, die gucken... Oh, oh, oh. Ich glaub, der filmt man schon hier. Hoffentlich ruft der nicht die Polizei jetzt. Hoffentlich. Leute, ich hab ein bisschen Angst hier. Sag ich euch ganz ehrlich. Ja, aber du darfst das öfter mit deinen Zähnen, ne? Zeig mal her. Oh, ist ja richtig fett. Alter, die sieht ja richtig geil aus. Alter, ey. Ey, warte mal. Komm mal her. Ich glaub, ich hab was gehört. Warte mal. Lass mal kurz hier verstecken. Komm mal her. Ich glaub, das sind welche. Ja. Warte mal, ey. Ich glaub, der Typ der Helme, der Typ von Polizei kommt. Ja. Warte mal. Ja, ich hab auf jeden Fall hier was gehört. Ich sehe was passiert. Oh, Alter, du bist jetzt nicht. Schleiße. Ja, hier ist der, ich hab's, ich seh's hier. Wir brauchen unbedingt Verstärkung. Verstecken sich irgendwo. Oh, oh. Du bist schon scheiße. Scheiße. Warte mal, du geh nicht lang. Wir brauchen hier irgendwo. Das sieht ja echt schön aus. Wir brauchen unbedingt Verstärkung. Ja, wir kriegen die umgehen. Also, wollt euch hier nicht verstecken? Wir finden euch. Kommt hier. Okay. Bringt bitte die Munde mit. Danke. Oh, oh. Ey, wir müssen gerade schnell weg. Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr machen sollt. Shit. Ja. 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 Ja.